Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 8. August. Heute dabei Netto, Amazon, Instapaper, Tesla und Snapchat. Ja, beginnen tun wir mit Netto, also dem Discounter in Deutschland. Und da kann man schon immer innovativ bezahlen. Die haben vor fünf Jahren damals bezahlt per App angeboten. Lief auch eher so mehr schlecht als recht, aber schon allein der Gedanke, das anzubieten für so einen Discounter, war schon bahnbrechend, möchte ich mal sagen. Und mittlerweile haben ja viele Discounter auch nachgezogen, waren auch die Ersten, die Kreditkarten akzeptiert haben, kontaktloser Zahlen. Und Netto akzeptiert nun ab sofort auch American Express. Das ist ja eine Kreditkarte, die oft eher seltener akzeptiert wird, weil die, gefährliches Halbwissen, wohl höhere Gebühren haben als die Kollegen von Visa und Mastercard. Andererseits ist American Express durchaus innovativ und digital sehr viel unterwegs. Die machen auch schon seit Jahren ganz viele Sachen, haben auch früher schon mit Foursquare zum Beispiel zusammengearbeitet. Und aktuell haben die auch eine Karte, die man umsonst von Payback bekommt. Und ja, da freue ich mich. Zumindest kann ich da jetzt auch mit bezahlen, obwohl es andere Lösungen gibt, die ich bevorzugen würde. Unter anderem habe ich mir auch letzte Woche auf Wacken das bargeldlose Bezahlen dort angeguckt und habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den ich mal jetzt hier als kleine Werbung untergebracht habe in den Shownotes. Der ist nämlich heute rausgekommen, passt also auch in den Daily. Ja, nächstes Thema. Amazon, wenn wir schon beim Einkaufen sind, ne? Die haben ja Whole Foods gekauft vor einem Jahr oder ein bisschen länger noch. Das ist ein riesiger Supermarkt oder eine Supermarktkette in Amerika, die besonders auch bei den Leuten, die auf gutes Essen, gute Lebensmittel, gut angebaute, lokale Produkte stehen, sehr populär ist. Ein bisschen teurer als die anderen Supermärkte in Amerika. Und jetzt haben sie endlich auch aus dieser Akquisition eine Sache gemacht, die absolut Sinn macht. Denn man kann nun bei Amazon über die Prime Now App bzw. primenow.com seine Lebensmittel bestellen bei Whole Foods und kann die dann innerhalb von einer Stunde abholen und wenn man ein bisschen was drauf zahlt, sogar innerhalb von 30 Minuten. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Klingt auch gut, denn Versand ist ja auch gerade bei Lebensmitteln eher schwieriger. Das macht Amazon ja auch mit Amazon Fresh. Und der Pickup-Service, der ist halt bis, oder beziehungsweise über 35 Dollar umsonst. Wenn man unter 35 Dollar an Lebensmitteln shoppt, dann kostet das 1,99 Dollar. Sprich dafür, dass man das halt schon automatisch digital ausgewählt, gekauft hat und die Tüte abholt, die dann ein Kollege da gepackt hat. Und wenn, wie gesagt, die 60 Minuten nicht reichen, man will die in 30 Minuten schon abholen, dann kostet das 4,99 Dollar. Ja, da halten wir mal ein Auge drauf, was da weiter passiert. Generell ist das natürlich spannend und ob neben den Lebensmitteln auch noch andere Sachen angeboten werden. Denn Whole Foods könnte ja auch ein kleines Lager haben für Amazon-Produkte, die sehr populär sind. Und wahrscheinlich haben die halt auch das ganze Kabel gedöhnt. Nächstes Thema, Instapaper. Das ist so ein Dienst, wo man, wenn ihr den nicht kennt, wo man Seiten, Artikel, die man im Netz findet, abspeichern kann zum späteren Lesen. Ähnlich wie Pocket. Wir beim Geek Talk haben Instapaper auch oft zur Vorbereitung auf unsere Sendungen eingesetzt. Und damals, als die SDGVO kam, vor ein paar Monaten, wurde der Dienst praktisch über Nacht abgeschaltet, weil die anscheinend auch damit nicht klarkamen. Das wurde auch damals nicht so toll kommuniziert und viele waren überrascht. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie wieder in der EU verfügbar sein werden. Es wird auch einen neuen Premium-Dienst geben, beziehungsweise Zusatzdienste, die man für 2,99 im Monat oder 29,99 US-Dollar im Jahr buchen kann. Und bekommt dann halt extra Features, wie gesagt. Man kann, also hat keine Werbung, das Übliche. Man kann die Artikel als Bookmarklet auch an sein Kindles schicken. Unbegrenzter Speicherplatz für Notizen, Volltextsuche, Textus-Speed-Wiedergabelisten auf dem Smartphone. Und auch Speed-Reading wird dabei sein. Ja, wenn ihr Instapaper genutzt habt und darauf gewartet habt, dann ist es eine gute Nachricht für euch. Aber die meisten werden sich wahrscheinlich mittlerweile schon eine Alternative gesucht haben. Tja, vielleicht zu spät. Was, ja, vielleicht nicht zu spät ist, sondern genau der richtige Schritt gerade ist, das, was Elon Musk auf Twitter verkündet hat. Denn er möchte Tesla von der Börse nehmen. Das heißt in Amerika going private. Das hat übrigens auch Michael Dell mit Dell gemacht vor ein paar Jahren. Und ist jetzt gerade, glaube ich, wieder auf dem Weg, gefährliches Halbwissen, die an die Börse zu bringen. Oder hat es sogar schon gemacht. Naja, aber Elon Musk möchte Tesla von der Börse nehmen. Und man möchte das gerne für 420 Dollar pro Aktie machen. Und dann sind die privat. Und dann muss er nämlich nicht mehr Rechenschaft legen. Keine Quartalszahlen veröffentlichen. Denkt, das ist gut für die Firma. Man könnte langfristiger planen. Ich glaube halt auch, dass es ein guter Ausweg ist, ja, eben die durchaus schlechten Zahlen wieder zu beschönigen. Und auch nicht Rede und Wort zu stehen, was der Kollege Maske ja auch eher ungern gemacht hat. Wenn man so an die Conference Calls denkt. Und ich war ja auch dieses Jahr bei einem Interview auf der South by Southwest mit ihm dabei. Wo er halt auch auf keine kritischen Fragen eingegangen ist. Also man kann es so oder so sehen. Für die Aktieninhaber ist es natürlich ein guter Deal. Die Aktie ist auch erstmal wieder hochgegangen. Und wir warten mal ab, wie sich das so entwickelt. Und ob er das dann wirklich durchzieht. Er schreibt übrigens auch, dass später könnte man natürlich auch wieder zurück an die Börse gehen. Eben das, was ich gerade gesagt habe, was Michael Dell auch gemacht hat. Und wenn wir schon mal in der Börse sind. Snapchat hat gestern ihre Zahlen veröffentlicht. Die sind ja auch in dem Börsespiel mit drin mit Quartalszahlen. Die waren alle schlecht. Der einzig positive Wert war, glaube ich, dass die Nutzer im Ausland, also außerhalb von USA, dem Kernland, dass die bei knapp einem Dollar Umsatz sind oder Gewinn, den sie erwirtschaften. Also umgelegt die Werbung auf die internationalen Nutzer. Aber ansonsten ging es eher wieder runter. Aber eine gute Nachricht kam halt auch. Denn der Saudi-Arabische Prinz Al-Walid Talal, der hat 250 Millionen US-Dollar investiert. Und bekommt dafür 2,3% von Snap Incorporated. Und das ist dann eine Bewertung der Firma von 10,8 Milliarden. Das ist schon ein bisschen runter, denn als Snap an die Börse ging, waren die mit 17 Milliarden bewertet. Also er hat einen guten Discount rausgehandelt. Und mal sehen, was daraus wird. Ob das ein stilles Investment ist oder ob Snapchat vielleicht gerade in Arabien vielleicht ein bisschen durchstarten soll damit. Der Scheich hat übrigens auch schon mal in der Vergangenheit in Lyft, das ist ein Uber-Konkurrent, und in Twitter investiert. Und auch in den Musik-Streaming-Dienst Deezer in Europa. Und JD.com, einem chinesischen E-Commerce-Giganten. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mitte der Woche. Wenn ihr Ferien oder Urlaub habt, dann macht was draus. Ich hoffe, wir hören uns morgen dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.